So, dann machen wir hier mal ganz zauber und dann Spritze Spreitkange. Der Traum. Akt Nummer 2. Meine Haus. Ich habe die Haus. Sie sind da, mir vor mir warten. Das ist das, ich warte. Jetzt ist es Zeit, hier allein zu gehen. Haben Sie einen Schrooes? Ich habe den Blut gesehen. Lichter, Lichter? Ich habe einen Schrooes. Ich habe einen Schrooes. Ich bin ein Bastard, den Mann. Ich bin ein Bastard. Das ist okay, der ist okay. Der Rat weiß. Der Rat riecht. Ich bin ein Wartner. Das ist ein Wartner. Ich bin ein Bastard! oder das war scheinlich rüberschen Oh Ach man Hätte ja klappen können Los komm her Willkommen I'm Harold the Rat And this is my left Don't believe your eyes Even if you don't know where I am Call me when you need Follow my directions until the end You have to earn the right to finish What's that for a dweller Be careful with my creations I will kill you if you're not smart Oh 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 Das ist schon ein Fakt. Das ist schon ein Fakt. Wie kann ich mit mir kommen? Noch mal so. Mann, bepiss dich doch, Mann. Mann, ey. Wie soll denn das gehen, Alter? Mein Gott, Alter. Das ist ja gar nicht klar hier. Komm, mach deine Arbeit, Mann. Schleudern. Okay. Und was muss ich mit der machen? Ah. Okay. Der ist da nicht mehr normal, Alter. Komm, schieb, schieb, schieb die Scheiße da runter. Ja, ja. Ja, ja. Ach, komm, ey, was ist denn das? Du schieb, schieb. Du schieb. Ja, ja. 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 Was man hier verreckt, ist doch Dreck. Das ist doch dumm, Alter. Du schiefst, wenn du schiefst. Du schiefst, werdst du schiefst. Du schiefst, hast du bläst. Und ich hab. Ich hab ihm. Ich hab ihm- Ich bin für das Spiel nicht erschaffen. Ich bin für die Schöne, die Rüttung gehen würde. Ich bin für die Schöne. So, da, da, da. ... ... ... ... Das ist ja schon. Komm, Marino. Kaps, Eilis. Nein, Mann. Geh was du brauchst. Warum hast du mich hier gebracht? Er sollte zurück sein. Der Rat hat seinen Sonn. Er kann weg. Der Auß nicht ihn verletzt. Er sollte zurück sein. Er sollte zurück sein. Er sollte zurück sein. Ich weiß, wo er ist. Er möchte zurück nach dem, was sein Haus war. Aber jetzt ist es nichts mehr als eine Pile von Hasch. Der Rat riecht die Gefahr. Du kannst mir helfen. Du kannst ihn suchen. Ich habe bereits gesagt, ich muss meine Freunde finden. Hilfe der Rat. Der Rat kann dir helfen, Mr. Wayne. Der Rat hört viele Dinge. Er kann finden, wo deine Freunde sind. Vielleicht auch deine Familie. Find dein Sonn bevor diese Männer machen. Und du wirst wissen, was der Rat weiß. An eye für an eye, richtig? Das ist gut. Ich habe ein Geld, um dir zu retten. Ich habe ein Geld, um dir zu retten. Gehe was du brauchst, bevor du weiterhörst. Bist du haust, Mr. Wayne? Wollte ich dir ein kleines Rade-Meat vorbereiten? Nein, danke. Nach dem alles, habe ich nicht viel zu retten. Der Rat mit Fleisch. Sehen wir es auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Also auch darin. Bis dann. Und dann.